Vielen Dank für die Einladung, es hat mich sehr gefreut. Ich habe natürlich direkt einen Schreck gekriegt, weil das erste Bild, was Sie gezeigt haben, vielen Dank, ist natürlich ein Bild, mit dem ich mich auch sehr intensiv auseinandersetze und hätten Sie sich auch sehr intensiv damit auseinandergesetzt, möglichst noch mit denselben Quellen, wäre das ein bisschen Murmelt der Tag hier geworden. Ist aber nicht der Fall, also ich hoffe, dass ich ein bisschen was Neues bringe. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, mache ich die Analyse von einem Bild oder zeige ich ganz viele Bilder und ich habe mich entschieden, ich zeige ganz viele Bilder. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass ich durchaus in der Lage bin, nicht nur Bilder zu zeigen, sondern auch ganze Sätze zu schreiben. Also ich werde vier Seiten für TV-Diskurs schreiben, habe auch einen längeren Beitrag zu dem Thema, was ich jetzt gleich skizziere, für unsere wunderbare Schriftenreihe Kommunikations- und Medienethik im Nomos-Verlag, die ich mit Ingrid Staff und Alexander Filippowitsch herausgebe, geschrieben, also dann können Sie das dezidiert und völlig bilderlos nochmal sich anschauen. Aber jetzt geht es tatsächlich um allgemeine Fragen der Bildethik und als Ethiker bin ich ja für normative Fragen, nicht für Geschmacksurteile, Wahrnehmung, sondern in erster Linie für normative Fragen zuständig. Ja, ich habe auch eine Gliederung gemacht, also Relevanz von Bildern, da hat der Sachs-Hombach eigentlich alles Wesentliche gesagt. Ich werde, wie gesagt, sehr, sehr schnell auf die entsprechenden Beispiele eingehen, was Bildethik im Diskurs ausmacht. Dann habe ich mich auf zwei Dinge kapriziert. Das eine ist der Bereich der Bildbearbeitung. Bildbearbeitung ist ja nicht unbedingt Manipulation. Ich werde mich dann mit einem eher traurigen Gegenstand beschäftigen, den Sie auch schon angesprochen haben, nämlich mit dem Bild verstorbener Geflüchteter oder insgesamt mit dem Thema Tod und Medien, mit dem sich auch Ingrid Staff auseinandergesetzt hat. Es gibt Fazit, Literatur und ja, noch zwei Fragen von Ihnen. Und dann geht es weiter. Ja, die Grundlagen sind im Grunde genommen dargestellt worden. Der Klassiker Bild schlägt Wort trifft sicherlich den Punkt, weil einfach die emotionale, die affektive Wirkung stärker ist. Wir sind ständig umgeben mit Textbildscheren. Gucken Sie sich die ARD Tagesschau an. Sie haben wenig Bilder, aber ganz viel Information. Plötzlich sehen wir Journalisten, die Journalisten zeigen, Journalisten die Kronleuchter in irgendwelchen Tagungsräumen zeigen, Archivbilder und insofern passen einfach Bild und Ton oft nicht zusammen. Gleichwohl dominiert natürlich die Wirkung. Ja, diese Lektion von Reizen wird durch Bilder natürlich herausgefordert. Bilder sind immer eine Momentaufnahme. Also die berühmte Metapher vom gefrorenen Blick trifft den Punkt und das hat natürlich die Wirkung. Die assoziative Logik ist da. Wir nehmen insgesamt Bilder als Ganzes wahr und das hat natürlich eine andere Wirkung, als wenn wir uns da mühsam durch irgendwelche Bleiwüsten forsten müssen. Insofern haben Bilder immer eine Horizonterweiterung. Ich möchte Sie nicht an Ihre letzte Darmspielung erinnern oder an eine 360-Grad-Aufnahme. Sie können denken, woran auch immer Sie wollen, aber ganz zentral ist allerdings wirklich der Aspekt der Emotionalisierung und der ist natürlich für die Bildethik interessant. Es gibt unterschiedliche Funktionen, das will ich auch nur stichwortartig darstellen. Man kann Texte letztendlich illustrieren, zusätzliche Informationen schaffen. Die Erlebnisfunktion, auch das wurde schon angesprochen, erzeugt eine Augenzeugenillusion, obwohl, wie Herr Sachs-Hombach zu Recht gesagt hat, natürlich nahezu jedes Bild, was veröffentlicht wird, in irgendeiner Form mehr oder weniger bearbeitet wird. Bilder können dekorieren bis hin zum Bilderrahmen repräsentieren. Also wenn zum Beispiel symbolische Politikinszenierung uns präsentiert wird, winkende Politiker vom Balkon bei Sondierungsverhandlungen wären ein schönes Beispiel. Bilder können erläutern, aber natürlich auch organisieren. Ich erinnere an die Gebrauchsanweisung von Ikea. Ja, Handlungsfelder der Bildethik. Gewalt ist natürlich ein Riesenthema. Das kann virtuelle Gewalt sein, das kann faktische Gewalt sein. Gewalt im Film, auch natürlich Themen, die für die Medienselbstkontrolle interessant sind. Ja, Frauenbilder, Stereotypen. Die Frau als Geschenk in Kombination mit einem Telefonanbieter. Da gibt es natürlich wesentlich drastischere Beispiele. Frauen in der Werbung bis hin zur Pornografie. Ästhetisierung. Auch der 11. September ist ja schon angesprochen worden. Und woran denken Sie, wenn Sie dieses Bild sehen? Natürlich, wenn Sie kunsthistorisch bewandert sind, an Kaspar David Friedrich. Also diese Ästhetisierung des Schreckens ist sicherlich auch ein interessanter Aspekt. Auch die Karikaturen sind bereits angesprochen worden. Das Recht am eigenen Bild hat ja Caroline von Monaco im entsprechenden Caroline-Urteil dafür gesorgt, dass es nicht mehr gestattet ist, prominente, auch in Alltagssituationen, privaten Situationen, in Anführungsstrichen, abzubilden, letztendlich abzuschießen, wie man ja auch sagt. Also das hat für den Paparazzi-Journalismus sicherlich Konsequenzen gehabt. Und insofern sind wir eigentlich schon beim Aspekt der Bildbearbeitung. Auch hier kann man differenzieren zwischen der Kontextfälschung und der Materialfälschung. Also ein Bild wird in einen anderen zeitlichen, räumlichen oder semantischen Kontext gestellt. Passiert relativ häufig. Wir sehen angeblich Bilder aus dem Irakkrieg. Faktisch sind es Bilder aus dem Bosnienkrieg. Der 11. September wurde immer mit live eingeblendet, auch 20 Jahre nachdem das Ereignis stattgefunden hat. Die Standardproblematik sind natürlich die bewussten Veränderungen von Fotos und Filmen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Sie können löschen, einfügen, den Aufnahmestandpunkt wählen, Helligkeit, Schärfe, Kontrast verändern, Bilder falsch beschriften. Wenn Sie so einen Namen haben wie ich, Schicha, können Sie davon ausgehen, dass ungefähr jeder dritte Artikel mit einem falschen Namen versehen ist. Das wird mehreren von Ihnen auch so gehen. Ja, Ästhetisierung, Photoshop ist ein Beispiel, Bilder werden kombiniert, montiert, digital bearbeitet, retuschiert und Morphing ist natürlich auch eine schöne Geschichte, mit der man arbeiten kann. Ja, ich möchte natürlich mehrere Religionen unterbringen in meinem Vortrag. Der Titanic-Redakteur sagte, ja, da ist wohl etwas Fanta ausgelaufen. Sie können sich vorstellen, dass der Presserat das anders sah und das Ganze eine heftige Debatte gab bis zu einem juristischen Einsatz. Von der katholischen Kirche, das Ganze ist aber wieder zurückgezogen worden, weil natürlich die Kunst-Satire-Freiheit auch ein hohes Gut ist. Ja, Veränderung von Personen, auch da gibt es viele Möglichkeiten. Suchen Sie die Fehler, hieß es früher immer in der Hör zu, ganz am Ende. Da wird natürlich viel gemacht in Form vom Aufblasen, Aufhellen, Photoshop und ähnliche mehr. Und wer Angelique Jolie für die attraktivste Frau der Welt gehalten hat, den muss ich sehr enttäuschen. Schauen Sie sich die schlechte Hand und Haut an von der Dame. Aber man kann natürlich eine Menge machen mit den einschlägigen Programmen. Ja, wer hat Angst vorm schwarzen Mann, könnte man hier fragen bei O.J. Simpson. Man kann ihn noch ein bisschen dunkler machen, wenn man schon straffällig ist oder angeklagt ist, wird man noch etwas bedrohlicher dargestellt. Also auch das sind Möglichkeiten, sublima Möglichkeiten. Ja, Stalins Retuschen, das Ganze gibt es ja schon relativ lange. Der unsympathische Diktator hat hier das Schwert des Islam, braucht einen Steigbügelhalter. Das ist eher peinlich für einen Diktator, deshalb weg damit. Und so sieht der Diktator, Sie sehen noch die Konturen ganz anders aus. Das Ganze wird ja historisch über viele Jahrzehnte intensiv aufgearbeitet. Hier nochmal beide Bilder nebeneinander, einmal mit und einmal ohne Steigbügelhalter. Also da gibt es unzählige Bilder, die teilweise auch einen dramatischen Hintergrund haben. Es gibt eine ganze Reihe von Bildern, wo politische Gegner erst wegretuschiert und hinterher umgebracht worden sind. Also das ist dann noch wesentlich dramatischer. Ja, entfernt von Hüftspeck habe ich mal diese Abbildung genannt. Hier sehen wir einen sympathischen ehemaligen französischen Präsidenten, der jetzt auch einen Hauch von Hüftspeck hatte. Das wurde wegretuschiert, damit er so paddelnd mit seinem Sohn im einschlägigen Boulevardmagazin gezeigt werden konnte. Gehen wir weiter. Produktion fiktiver Aussagen durch Einfügung. Also hier in Berlin, Asylbewerber vor einer Antragsstelle in Berlin. Ziemliches Gedrängel. Was macht der Spiegel? Er packt vorne noch zwei Polizisten rein, damit das Ganze noch ein bisschen bedrohlicher aussieht. Das ist natürlich hochgradig problematisch. Bei Titanic rechnet man mit derartigen Aktionen. Beim Spiegel hat man natürlich dann im Hintergrund Fake News und Qualitätspresse ist auch nicht besser. Also insofern ist das sicherlich keine besonders gute Idee, auf solche konstruktiven Dinge zu kommen. Ja, Veränderung der Reihenfolge. Ich habe ja eben schon gesagt, symbolische Politikinszenierung, ein interessantes Feld. Vorfahne Limousinen, Hände schüttelnde Politiker, Fahnen, Begrüßungsrituale. Gibt es ein Küsschen? Gibt es kein Küsschen? Wie ist der Handschlag? Bringt vielleicht ein Staatschef noch seinen Hund mit, um die Bundeskanzlerin zu verschrecken? Also es gibt viele Möglichkeiten, solche Dinge in Szene zu setzen. Und natürlich muss man sich überlegen, welcher Staatschef ist gerade der Wichtige? Ja, und Herr Mubarak ist jetzt plötzlich ganz vorne gelandet beim einschlägigen lokalen Medium in der Kairoer Zeitung. Und wenn Sie beides nebeneinander sehen, merken Sie, hier wird also konstruktiv mit der Wichtigkeit gearbeitet. Löschung von Informationen, auch ein sehr, sehr schönes Beispiel. Als Bill Clinton damals Eisenach besucht hatte, Bernhard Vogel, Helmut Kohl ist da. Da gibt es ein Plakat hinten, da steht drauf, ihr habt auch in schlechten Zeiten noch dicke Backen. Das hat so ein bisschen die fröhliche Atmosphäre ruiniert. Und da hat sich natürlich dann die CDU-Broschüre dafür entschieden, oben Welcome to Eisenach, Mr. President, hängen zu lassen. Aber natürlich dieses Plakat dann doch rauszunehmen. Interessanterweise, als ich vor einigen Jahren hier in Berlin war und beim Tiergarten mal wieder alles gesperrt war und die offizielle CDU-Broschüre mich erreichte, war dieses Bild natürlich drin und nicht das Bild mit dem Plakat. Veränderung des Bildausschnittes, auch darauf hat Herr Sachs-Hombach bereits hingewiesen, ist natürlich eine Form, um eine Botschaft massiv zu verändern. Die Bild-Zeitung ist natürlich eines meiner Lieblingsmedien als Medienethiker und bietet mir regelmäßig Stoff. Hier sehen wir den ehemaligen, ja damals noch Landesumweltminister Jürgen Trittin auf einer Demonstration. Was macht Minister Trittin auf dieser Gewaltdemo? Wir sehen angeblich einen Schlagstock, wir sehen angeblich einen Bolzenschneider. Wenn wir dieses Bild ein bisschen größer machen, sehen wir, dass der Schlagstock ein Absperrseil der Demonstration gewesen ist und die zweite Waffe war ein Dachgepäckträger eines VW-Bulli. Also insgesamt kann man durch solche ganz profanen Dinge natürlich eine ganz andere Wirkung erzielen. Hier nochmal das Bild in Farbe, wo man sieht, es ist zwar der vermummte dunkle Block zu sehen, aber die Gewalt war doch nicht so, wie die Bild-Zeitung das behauptet hat. Und man muss sagen, hier hat sich sogar Herr Diekmann damals entschuldigt. Ja, Einfügen eines Bild-Elementes. Hier sehen wir das Originalbild. Die SPD tagt ja gerade, wir sind bereit, war der Slogan über viele Jahre. Hier heißt es, wir sind bereit. Also man muss eigentlich nur eine rote Nase farbig einfügen und hat natürlich eine ganz andere Bedeutung, die auf exzessiven Alkoholkonsum blicken lässt. Ja, Farbveränderung, wie gesagt, Bild, meine Lieblingszeitung in dieser Hinsicht. Sommerloch, nichts ist los. Wir haben Angola-Bohlen, Botswana, nein, Angola-Merkel, Botswana-Bohlen, Ghana-Gotschalk und den Sonnenkanzler werden wir alle Afrikaner. Also das ist natürlich eine Schlagzeile, mit der man gut arbeiten kann. Morphing habe ich schon angesprochen. Wir sehen hier die Kombination aus Stolper und Schröder für das Magazin Max. Ich bin der Auffassung, der Mann sieht aus wie Franz Beckenbauer, aber das ist jetzt mein persönlicher Eindruck. Ja, man kann Bilder kombinieren. Da sind wir im Bereich der politischen Propaganda. Wir sehen hier John Kerry in jungen Jahren, der ehemalige amerikanische Außenminister. Jane Fonda als Schauspielerin, aber eben auch Aktivistin. Die beiden sind sich nie begegnet, also zumindest nicht in dieser Zeit, sind trotzdem zusammen montiert worden. Und schon hat man den Eindruck, dass hier der linke Politiker und die linke Aktivistin unterwegs sind. Sowas wird sehr gerne gemacht. Können Sie sich auf Rhetorik.ch zuhauf anschauen. Dann ist natürlich Montage auch eine Möglichkeit, gewisse Assoziationen zu erzeugen. Also das bedrohliche Bild des Islam wird natürlich wunderbar zusammengeschnitten, indem man da mal einen Osama bin Laden reinmontiert, einen Sprengstoffgürtel, eine wütende Menge, ein paar Waffen. Schon hat man letztendlich eine Sinninduktion, die natürlich bedrohlich wirkt. Ja, auch dieses Bild werden Sie kennen. So begann ja die Fake-News-Debatte mit alternativen Fakten, als mal verglichen worden ist, wie viel Publikum war bei der Amtseinführung von Obama, wie viel Publikum war bei der Amtseinführung von Herrn Trump. Das sind die Bilder. Aber kann man diesen Bildern glauben? Herr Trump glaubt dem nicht. Und wenn Sie sich dieses Bild anschauen, wo nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo in Paris es eine Demonstration gegeben hat von wichtigen Politikern, also wir sehen hier Hollande, wir sehen Merkel, Tusk, viele andere mehr, die Politiker in der ersten Reihe der Demonstration gegen Krieg und Terror. Ja, das war die ganze Demonstration, weil natürlich die Politiker in einer Seitenstraße sich versammelt hatten, Personenschutz bekommen hatten und die Millionen, die ihnen folgten, waren einfach faktisch nicht vorhanden. Ja, dann hat man natürlich die Möglichkeit, Personen auszuschneiden. Ist Ihnen aufgefallen, wer fehlt? Ja, Angie fehlt, wie man hier in Berlin so locker sagen darf. Angela Merkel ist rausretuschiert worden. Frauen-Illenbildern werden total überschätzt, meint der eine oder andere. Eine jüdisch-orthodoxe Zeitung meinte, wir werden erstmal den Frauenanteil etwas geringer machen. Auch bei diesem Bild, was auch inzwischen heftig analysiert worden ist, wo gewissermaßen die Tötung von Bin Laden nicht direkt gezeigt wurde, sondern eben die amerikanischen Politiker während dieser Attacke auf Osama Bin Laden gezeigt wurden. Auch das ist schon heftig diskutiert worden. Warum sitzt der Präsident hinten? Was hat er für Kleidung an? Wie ist die Körperhaltung? Also alles hochgradig interessant. Ja, auch dieses Bild ist verändert worden. Es ist karikiert worden und Sie sehen, auch hier sind die Frauen komplett verschwunden. Also sowas wird dann auch sehr, sehr gerne gemacht. Ja, gehen wir weiter zu bewegten Bildern. Bewegte Bilder, Sie kennen sicherlich alle den großartigen Film Forrest Gump, wo der damals bereits lang verstorbene amerikanische Präsident Kennedy dem Schauspieler Tom Hanks die Hand schüttelt. Das Ganze hat vor einer Blue Box stattgefunden. Der Film Forrest Gump ist ja auch für den Bereich Product Placement, Schleichwerbung, aber natürlich auch digitale Bildbearbeitung ein Meilenstein gewesen. Es gibt ein großartiges Tischtennisturnier, Demonstrationen. Also für jeden Bildwissenschaftler eine große Freude. Und in Erlangen haben wir auch ein interessantes Forschungsprojekt. Da bin ich in einer digitalen Arbeitsgruppe, wo ein Informatiker, der Kollege Stamminger, mitarbeitet. Und die sind dann mal auf die putzige Idee gekommen, im Grunde genommen die Mundbewegung von Politikern durch wissenschaftliche Assistenten nachahmen zu lassen. Das können Sie sich im Internet anschauen. Das läuft auch eins zu eins. Da muss man nur noch einen guten Sprachenimitator haben. Und sie haben im Grunde genommen eine nahezu reale Situation. Natürlich machen die sich auch Gedanken, wie authentisch ist das? Wie kann man da Bildforensiker ranlassen, um mit sowas umzugehen, um keine diplomatischen Verwicklungen zu erzeugen, die ja entstehen könnten bei derartigen Ansprachen, die gefaked worden sind. Ja, auch das werden Sie kennen. Der berühmte Varro-Fake-Fake. Also hat der ehemalige Finanzminister von Griechenland vor seiner Amtszeit den Mittelfinger gehoben, als er über Deutschland sprach. Jan Böhmermann kam auf die Idee, dann den Gegenbeweis anzutreten, der wiederum natürlich dann auch ein Fake war. Wiederum dazu aber führte, dass Varro-Fakis in einer Talkshow mit Günther Jauch sagte, ja, das ist ja bewiesen, dass es ein Fake war. Ich habe niemals den Mittelfinger erhoben. Und so ging das dann endlos weiter. Aber faktisch spricht viel dafür, dass er den Mittelfinger damals erhoben hat. Ja, ein weiterer Film, den ich Ihnen jetzt auch aus Zeitgründen nicht zeigen kann, ist im Grunde genommen nach Drehbuch gelaufen. Was hier gezeigt werden sollte, war die Heldentat eines kleinen syrischen Jungen, der ein Mädchen vor dem Waffenterror schützt. Also der Junge rennt auf dieses Auto zu, schnappt sich dieses kleine Mädchen, Rettet dadurch das Leben. Das Ganze war ein Fake. Das Ganze ist auf Malta gedreht worden mit einem professionellen Regisseur, der diesen Film gedreht hat, als authentisch, ja, den Nachrichtenstation verkauft hat und erst hinterher eine Auflösung gebracht hat, indem er darauf hingewiesen hat, ja, so ist die Situation in Syrien. Die Bilder sind nicht echt, aber die Situation ist dramatisch und wir müssen einfach Mittel finden, um darüber zu sprechen. Ja, auch dieses Bild werden Sie kennen, der berühmte Kniefall von Willy Brandt 1970 in Warschau, wo man sagt, hat er deshalb den Friedensnobelpreis bekommen oder ist bei dem Bild von Kim Puck, der Vietnamkrieg, deshalb beendet worden, weil es dieses Bild gegeben hat. Ein Künstler kam auf die tolle Idee, sich da einfach mal mit reinzukopieren in dieses Bild. Das ist Matthias Wehner. Man muss eine gute Idee als Künstler haben. Er hat sich auch mit der Queen ablichten lassen, mit den Beatles. Also würden alle Originale verschwinden. Herr Wehner wäre immer dabei. Oder man lässt einfach Willy Brandt weg. Auch eine künstlerische Aktion zum Thema kollektives Gedächtnis. Kennen Sie das Bild trotzdem? Ja, über das Bild haben Sie schon einiges gesagt. Vielleicht noch ein Satz, dass bei Facebook dieses Bild gestoppt worden ist, aufgrund der Nacktheit, weil offensichtlich auch nicht der Kontext, der Gesamtkontext so klar war. Ja, es gibt Aniston Jackson, die auf die Idee gekommen ist, Doppelgänger von Politikern und vor allem dem Englischen Königshaus aufzunehmen, hat auch mehrere Bildbände veröffentlicht zu diesem Thema. Und natürlich die Montage hier von Hartfield, Millionen stehen hinter mir, der Sinn des Hitlergrußes, also eine sehr konstruktive Form, wie man quasi mit gefälschten Bildern umgeht. Ja, der Presserat hat sich natürlich dazu geäußert. Symbolische Illustrationen, Fotomontagen sind als solche kenntlich zu machen. Es gibt auch die Forderung, mit einem M wie Montage zu arbeiten. Also nicht Manipulation, sondern Montage, wenn man Bilder verändert in diversen Formen. Das kann man weiter ausdifferenzieren. Da gibt es Agenturen, die haben das dann noch stärker ausdifferenziert. Ich gehe da jetzt relativ schnell drüber hinweg und komme auf das eigentliche Kernthema, nämlich das Thema, wie ist das denn mit Bildern von Verstorbenen. Lady Diana, die Frau, die am häufigsten fotografiert worden ist, die Beerdigung wurde von einer Milliarde Zuschauer gesehen und ihr Unfalltod wurde zunächst zwar gezeigt, das Wrack des Autos wurde gezeigt und erst einige Jahre später wurde auch die Leiche von ihr gezeigt. Dann das lange Sterben von Johannes Paul II., der schwer krank, todkrank, über viele Wochen gezeigt wurde, dann aufgebahrt wurde und auch da muss man sich natürlich die Frage stellen, ist so etwas moralisch, rechtlich zulässig, wie ist es mit der Würde von Verstorbenen. Oder im Falle beispielsweise von Amokläufen, wie ist es mit Bildern von Beerdigungen von trauernden Angehörigen. Das sind alles Fragen, die natürlich hochgradig relevant sind. Das Thema mit IS haben Sie schon angesprochen, deshalb sage ich da nicht mehr für sogar Hinrichtungen von Diktatoren, haben wir im Netz gesehen mit einer erstaunlichen Klickrate. Dann nutzen zum Beispiel auch Tierschutzorganisationen die Gegenüberstellungen zwischen menschlichem Leib, Leid aus dem KZ und Tierleid. Auch da kann man fragen, werden da Grenzen überschritten, ist das zulässig oder nicht. Ja, und ich hatte die Möglichkeit in Nürnberg, wo der Nürnberger Menschenrechtspreis vor einigen Wochen verliehen worden ist, auf einem Podium zu sitzen, wo es letztendlich um die Gruppe Cäsar aus Syrien geht. Cäsar war ein Mitarbeiter von Herrn Assad, der die Aufgabe hatte, getötete Menschen in Gefängnissen zu fotografieren. Und er empfand das als unmenschlich, hat diese Bilder ins Ausland gebracht und geschmuggelt, musste selber fliehen. Und mit diesen Bildern, die ich Ihnen hier in dieser Dramatik nicht zeigen werde, mit diesen Bildern letztendlich werden jetzt Ermittlungsverfahren gegen Kriegsverbrecher unternommen. Also man kann auch konstruktiv damit arbeiten. Hat natürlich das Problem, wo sind die Grenzen, wie werden die Angehörigen eingebunden und was auch immer. Ja, als sie das Bild gezeigt haben, dachte ich, ja wunderbar, so musste das ja kommen. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Also das ist das berühmte Bild von Aylan Kurdi, dem Jungen, der an Wodrums Strand angespült worden ist. In den meisten Fällen wurde der Kopf so verpixelt, dass man den Kopf nicht erkennen konnte. Andere haben den Körper ausgeschnitten, haben das dann heftig diskutiert. Als der Junge vom Strand weggetragen wurde, wurde peinlichst genau darauf geachtet, dass man auf gar keinen Fall das Gesicht sieht. Ja, Charlie Hebdo, habe ich ja auch schon erwähnt, hat das Ganze sehr sarkastisch, satiremäßig verarbeitet, so nah vom Ziel. Und dann das berühmte Kindermenü von McDonalds. Auch da kann man fragen, geht Satire da zu weit, was hat das für einen realen Bezug, ist das einfach nur geschmacklos, das sind Fragen, die man sich stellen kann. Und auch die Partei, die Partei hat ein Plakat der CDU satirisch überfremdet, mit dem Hinweis für einen Strand, an dem wir gut und gerne liegen. Und ja, die Referenz war natürlich das Plakat der CDU für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Also darüber kann man natürlich diskutieren, kann man das machen, ist das durch die Kunstfreiheit gedeckt oder sollte so etwas vermieden werden. Es gab zahlreiche weitere Aktionen, also es wurden quasi Figuren mit ähnlicher Kleidung nachgebaut. Es haben sich auf Solidarität viele Menschen mit rotem Oberteil und blauer Hose an den Strand gelegt. Al Weiwei hat viel Kritik bekommen, dass auch er sich da entsprechend inszeniert hat. Ja, und jetzt kommt die eigentlich medienethische Debatte. Darf man es machen, darf man es nicht? Herbert Brandl von der SZ sagte, man darf es nicht instrumentalisieren, man sollte es so nicht zeigen. Bernhard Pörksen sagte, ja, es ist ja ohnehin überall präsent und es wäre ja absurd, so zu tun, als ob dieses Bild nicht überall zirkuliert. Denn Bilder können richtig verstanden und eingeordnet durchaus politisch werden und nach der ersten Schockwirkung eine andere Praxis initiieren. Also analog zu dem, was dieses Vietnamkrieg gegebenenfalls ausgelöst hat. Ein zweites Beispiel, auch ganz schrecklich, ganz grausam. In Österreich ist ja dieser Lkw gefunden worden, wo Menschen, Flüchtlinge erstickt sind. Auch da ist die erste Assoziation ja diese Menschelknäuel, die man aus Bildern vom KZ her kennt. Auch da die Frage, darf man so ein Bild zeigen, auch wenn die Gesichter nicht zu sehen sind. Es ist ja allgemein zugänglich, auch Kinder können es sehen. Und ja, einige Zeitungen haben es verpixelt, haben erläutert, worum es ging. Die Bild-Zeitung hat zusätzlich da noch ein paar Hinweise gegeben, wie ist das mit Luft und Menschen und ähnlichem mehr. Ja, und die meisten Journalistinnen und Journalisten haben gesagt, ja, man sollte es nicht machen. Menschenwürde ist natürlich das zentrale Argument. Das Abendblatt hat es nicht gebracht. Der Kollege Alexander Filippowitsch sagte, also besonders die katastrophale Wirkung auf Kinder und Jugendliche ist ein großes Problem. Deshalb sollte man so ein Bild nicht zeigen. Mein Kollege Tobias Eberwein hat auf den Pressekodex verwiesen. Und meine Kollegin Marlies Prinzing sagte, auch hier kann es gegebenenfalls dazu führen, dass eine Praxis passiert, wo so etwas eben nicht mehr passiert. Also stärkere Kontrollen stattfinden und ähnliches mehr. Ja, die Bild-Zeitung sieht das natürlich ganz anders. Die Bild-Zeitung ist für möglichst intensive, dramatische Bilder. Sicherlich nicht nur aus selbstlosen Motiven. Das Ganze wird mit Pressefreiheit natürlich legitimiert. Und Bild hat dann mal einen Tag keine Bilder gedruckt, um einfach mal aufzuzeigen, ja, was bedeutet das denn, wenn mal keine Bilder in der Bild-Zeitung sind? Bild hat leider vergessen, die Werbeanzeigen auch auszublenden. Also das wurde natürlich an dem Tag nicht durchgehalten. Und dann gab es eben ein Statement für Pressefreiheit, das Grauen zu zeigen. Und, und, und. Also, Conclusio, die Welt muss die Wahrheit sehen, um sich zu verändern. Jetzt ist die Frage, wie hat der Presserat entschieden? Sie haben ja gerade gemerkt, also es ging jetzt um beide Fälle, die ich Ihnen dargestellt habe. Die Medienethiker und auch die Journalisten waren eher skeptisch, ob man sowas braucht, machen darf oder nicht. Und der Presserat kam zu dem Ergebnis, beide Bilder, sowohl das Bild von Aylan Kurdi, als auch das Bild mit dem LKW und den verstorbenen Geflüchteten, sollten gezeigt werden. Also, der Presserat kam zu dem Ergebnis, es ist natürlich ein grausames Foto, aber weil das Gesicht nicht zu erkennen war, durfte man dieses Bild durchaus zeigen. Keine unangemessene, sensationelle und entwürdige Darstellung des Verstorbenen. Beim zweiten Bild kam der Presserat zu einem ähnlichen Ergebnis. Auch hier wurde darauf hingewiesen, dass das öffentliche Interesse im Grunde genommen überwiegt und auch hier letztendlich die Opfer nicht unangemessen sensationell dargestellt worden sind. Also, insofern war das durchaus berechtigt, so die Auffassung des Presserates. Also, fassen wir die Argumente Pro und Contra zusammen. Natürlich müssen Berichterstatter, Medienberichterstatter, Kriegsfotografen berichten über dramatische Dinge, in welcher Form auch immer. Wenn Opfer nicht zu identifizieren sind, kann man das gegebenenfalls rechtfertigen. Schockbilder können vielleicht das Handeln verändern und insofern wird das Wegsehen vermieden. Instrumentalisierung von Leid ist trotzdem ein Problem. System, Sensationalismus, Voyeurismus, Geschäftemacherei und auch der Jugendschutz sind natürlich Kriterien, die man ernst nehmen muss. Ja, und damit komme ich zum Fazit. Die Authentizitätsbestimmung von Bildern ist grundsätzlich schwierig. Ob ich jetzt so weit gehen würde, zu sagen, jedes Bild ist gefälscht, so weit würde ich nicht gehen, aber nahezu jedes Bild ist bearbeitet. Ab wann dann die Bearbeitung in eine Fälschung übergeht, muss man am Einzelfall diskutieren. Der Kontext der Bildbearbeitung ist natürlich zentral. Seriöse Referenzobjekte, die manipulieren, verlieren ihre Reputation. Zum Beispiel der Spiegel-Kunstwerk, in dem Bilder bearbeitet worden sind, können allerdings ein sehr aufklärerisches Moment besitzen. Also zu sagen, zum Bereich Fake News gehört auch die Satire, halte ich persönlich für hochgradig problematisch, weil Fake News ja in der Regel die Absicht haben, jemanden tatsächlich so zu täuschen oder zu manipulieren, dass da keine hehre Absicht da ist. Die Kompetenz, Medienkompetenz ist angesprochen worden, ist natürlich wichtig, um das Ganze zu entschlüsseln. Es gibt Literatur ohne Ende zu all diesen Themen. Ich habe da, wie gesagt, einen längeren Artikel jetzt auch vorbereitet. Einer ist auch schon fertig. Wenn Sie da Bedarf haben, kann ich Ihnen auch gerne was zuschicken. Es gibt unglaublich viel Debatte, natürlich auch im Netz zu diesem Thema, die Bilddebatte um getötete Geflüchtete. Genau, also da werden Sie auch einiges finden. Und wenn Sie Filme zum Bereich Bildbearbeitung suchen, finden Sie auf YouTube und auch auf anderen Kanälen jede Menge Material. Und damit soll es erstmal gut sehen. Vielen Dank für Ihr Interesse.